Angelina muss einen Vortrag halten. Frau Krug fordert Angelina auf, zur Tafel zu kommen. Ich halte heute einen Vortrag über Italien. Italien hat ca. 57 Millionen Einwohner und die Fläche des Landes beträgt 300.000 Quadratkilometer. Italiens Nachbarländer sind z.B. Frankreich und die Schweiz. Die Sehenswürdigkeiten sind z.B. der schiefe Turm von Pisa, die Stadt Venedig und auch das Kolosseum. Sardinien und Rom sollte man dabei auch mal gesehen haben. Dann erzählt Angelina noch was von der italienischen Esskultur und der Währung. Italien ist für die leckeren Nudeln und Pizzagerichte bekannt. Früher zahlte man in Italien mit der Lira und heute ist es der Euro. Angelinas Vortrag gefällt Frau Krug und sie bekommt eine 1.